Hey Leute, was geht? Heute mache ich die Tequila Challenge ohne Tequila. Ich habe mir hier Lippen-Eistee geholt. Jetzt hat man zu Hause so eine Zitrone. So, ich werde hier ca. die Hälfte von trinken. Ich werde erst hier die halbe Dose austrinken. Vielleicht sogar die ganze Zeit gucken. Dann auf die Zitrone beißen und dann vor meinem Hand drücken. Bisschen Salz abblätten und ja. Ich habe schon was Leckeres gegessen. Leckeres. Das ist alles.